Nachdenkseiten. Die kritische Website. Die Hetzkampagnen von Politikern und Journalisten gegen Sarah Wagenknecht. Ein Beitrag von Albrecht Müller. Jetzt hat sie in ein Wespennest gestochen. Wie kann diese sogenannte Populistin des Wagen etwas zu fordern, was die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler in Deutschland will? Waffenstillstand und Friedensverhandlungen in der Ukraine. Damit das Sterben tausender Ukrainer und Russen in diesem sinnlosen Krieg und die fortschreitende Zerstörung der Ukraine aufhören. Um die Uneinsichtigen mit der Nase draufzustoßen, je länger der Krieg dauert, umso mehr verdient die Waffenindustrie. Und je mehr die Ukraine zerstört wird, umso mehr verdient die Investmentgesellschaft BlackRock, die mit dem Wiederaufbau der Ukraine beauftragt ist. Jetzt hat Wagenknecht darauf hingewiesen, dass der CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz kürzlich im Bundestag den Kriegseintritt Deutschlands gefordert hat mit folgenden Worten. Wenn Putin innerhalb von 24 Stunden nicht aufhört, die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu bombardieren, dann müssen aus der Bundesrepublik Deutschland auch Taurus-Marschflugkörper geliefert werden, um die Nachschubwege zu zerstören. Taurus-Marschflugkörper können aber nur von Bundeswehrsoldaten programmiert und eingesetzt werden. Das Wagenknecht von den CDU-Landesverbänden in Sachsen und Thüringen, mit denen das BSW über eine Landesregierung verhandelt, fordert, dass sich die gemeinsame Regierung von dieser wahnsinnigen Forderung abgrenzt, versteht sich von selbst, ist jedenfalls schlüssig. Der deutsche Kampagnenjournalismus fälscht diese Aussage, indem er sie verkürzt. Die CDU Thüringens und Sachsens solle sich von Merz distanzieren. Die Wahrheit ist, nicht die CDU soll sich von Merz, sondern eine künftige Landesregierung soll sich von der Forderung nach einem Kriegseintritt Deutschlands distanzieren. Noch emsiger sind die politischen und journalistischen Fälscher, wenn es um die Aufstellung von US-Raketen ohne Vorwarnzeit in Deutschland geht. Kein Wort darüber, dass diese Raketen die Gefahr eines atomaren Entfernungs in Deutschland vergrößern. Vielmehr wird in einer mit Waffen vollgestopften Welt darüber gefaselt, dass die Westbindung der Bundesrepublik auf dem Spiel stehe, wenn diese Angriffssysteme nicht und übrigens ausschließlich nur in Deutschland aufgestellt würden. Die übrigen Europäer sind nicht so dumm. Sie wissen, warum sie solche Enthauptungswaffen in ihren Ländern nicht aufstellen. Auch dass die große Mehrheit der Ostdeutschen die Aufstellung dieser Raketen ablehnt, stört diese Besserwisser aus Politik und Journalismus nicht. Sie wollen weiter gegen die Bevölkerung regieren, mag die AfD so stark werden, wie sie will. Sarah Wagenknecht wird von diesem Verein des Kampagnenjournalismus nach Kräften verleumdet und diffamiert. Sie ist eine Betonkommunistin, Unruhestifterin, Spalterin, Machtbesessen und so weiter heißt es. Den Vogel schoss der beleidigt abgewählte Ministerpräsident des Landes Thüringen Ramelow ab. Mit Schaum vor dem Mund warf er Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine vor. Sie forderten kommunistischen Kadavergehorsam. Und verglich sie mit dem ehemaligen SED-Chef Honecker, der auch aus Moskau gesteuert worden sei. Da Ramelow erst viele Jahre nach dem Fall der Mauer vom Westen in die neuen Bundesländer gewechselt ist, hat er wohl im Gegensatz zu Sarah Wagenknecht, die in Thüringen aufgewachsen ist, nicht mitbekommen, dass Honecker nicht zuletzt deshalb abgesetzt wurde, weil er sich am Ende seiner Amtszeit nicht mehr von Moskau steuern ließ. Womit Gorbatschow ein neuer Wind der Veränderung wehte und grundlegende Reformen gefordert wurden. Ramelow wurde unter anderem abgewählt, weil er zu lange gegen den mehrheitlichen Willen der Thüringer für eine unbegrenzte Migration und für die Lieferung auch schwerer Waffen in die Ukraine geworben hat. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.